Durch trainierter Bauch, geschmeidige Hüften im Takt der Musik und ordentlich Power. Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Star Susan Sideropoulos läutet den Start in den Tag mit dieser wunderbaren Tanz-Performance ein. Achtung, gute Laune garantiert! Dass die 41-Jährige sich vor der Kamera besonders wohl fühlt, wissen wir bereits. Nachdem sie viele Jahre in der beliebten RTL-Vorabendserie als Verena Koch zu sehen ist, können Fans sie nun auch in dem neuen GZS-Set-Spin-Off »Leon glaubt nicht alles, was du siehst« sehen. Und eben auch in den eigenen vier Wänden. Im coolen Zweiteiler tanzt die zweifache Mama vor der Handy-Kamera, singt mit, hüpft im Takt und verteilt ganz viel Liebe an alle, die zusehen. Und ziemlich sicher auch an ihre drei Männer, Liam, Joel und Ehemann Jakob, mit dem sie gerade noch im Skiurlaub war und dieses verliebte Pärchen-Selfie gepostet hat. Von der Piste auf den Dancefloor. Susan ist eben ein echtes Multitalent. Gut gelaunt noch dazu.